Jetzt ist die Maus wieder im Bild. Ein Hand. Looten. Wenn ich jetzt noch schön irgendwie leveln könnte. Ähm, ich trage da so ein Stück Holz mit mir rum. Ist das extra Schild? Fände ich gut. Ach shit. So leer. Praise the sun. Ah, hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha, so I didn't scare you. Nee. Also zwischen den ganzen Untoten und Taurus-Bossen und weiß ich was, bist du am wenigsten erschreckend. Ganz ehrlich. The way I see it, our fate appeared to be intertwined in a land brimming with hollows. Could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Yeah, yeah. I don't know if it's good or bad. But yeah. This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this. To summon one another as spirits. Cross the gaps between the worlds. And engage in jolly cooperation. Of course we are not the only ones engaged in this. But I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Mich noch, ich glaub das reicht, ne? Ich muss nicht noch mal mit dem reden. So. Heilen. Und, ähm, sprinten. Ich hab's noch einen Estus. Ich wusste nicht mehr, wieviel Damage das macht. Blocks. Ich hätte mir wahrscheinlich den Estus sparen können. Zielen. Hit. Hm. Hit. Hit. Ich hab 7000 Seelen. Ich wollt's nur mal gesagt haben. Hit. Zielen. Ähm. Geht's hier gut? Hit. 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 Also, nö. Hit. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's. Ich hör's rechts noch. Nein. Die sind aber oben, ne? Ja. Ich glaub das sind die von oben. Jetzt nicht an den Ratten sterben, und dann sieht's gut aus. Ziehen. Hit. Hit. Hit Hit Stop So Benutzen Irgendwann komme ich zu dieser Leiter, die wieder zum Bonfire zurückführt Aber ich weiß nicht wann, oh Gott Ich glaube, wenn ich da hochgehen würde, komme ich zu einem Black Knight wieder, ne? Ich will zum Bonfire zurück Ich hätte vielleicht zurücklaufen sollen, statt vorwärts Shit Hit Ziehen Lock Hit 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 Ah shit, ein bisschen zu früh Hit Heilen Letzte Heilung Was ist denn, äh, den ganzen Weg wieder zurück? Ich weiß nicht einmal, wo man diesen, den Shortcut freischaltet Das ist aber, glaube ich, hinter dem Schweinchen da, ne? Vielleicht schaffen wir es hinter das Schwein? Ohne Heilung Ohne Heilung, oh Gott, jetzt kommst du auch noch Klar Why not Hit 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 Langsam Und sicher machen wir das erst Ich hab langsam gesagt Block Ich sag dir langsam Ich sag dir langsam Ich sag dir langsam Ja, da muss ich jetzt auf keinen Fall Sprachsteuerung, weil, ähm, das mit dem Pfeilen, da muss das Timing zu perfekt sein, wenn ich die gleichzeitig blocken muss Ja. 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 Ich sag dir das noch nicht nur ein bisschen. Ja. 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 Ich will euch nicht anvisieren. Stopp. Soweit, so gut. Bluten. Okay. Ausrüstung. Gut, Heimkehknochen hätte man natürlich auch verwenden können. Werfen. War das gut geworfen? Ich weiß nicht. Wirft sie mehr, wie man steht oder wie man guckt? Oh, nice. Ist ja richtig reingegangen. Werfen. Mit dem Hintern auch jedes Mal noch mal gut. Werfen. Und? Yes. Gegenstand wechseln. Und du auch noch. Gegenstand wechseln. Nice. Das war schön. Sehr schön. Ja, Schweinchen hintern am brennen. Jetzt gibt's Bacon. Den guten Hinterschinken. Leider kein Drop. Jetzt müssen wir nur das noch überleben. Block. Und ich glaube, dann komme ich zum Shortcut. Hit. Hit. Oh, Scheiße. Okay. Wie viele von euch sind denn da? Eins. Zwei. Ich möchte das überleben. Bitte. Gut zuerst. Gut zuerst. Gut zuerst. Gut zuerst. Gut zuerst. Ziel. Ist einfach nur, weil ich faul bin und nicht noch mal durchlaufen möchte. Wo wahrscheinlich auch recht schnell durchgelaufen wären. Aber nun ja. Okay. Cool. Ich kann mich nicht mehr muten. Schön. Ich rülpse euch jetzt was vor und huste und mache. Wieso kann ich mich mit meinem Mikro nicht mehr muten? Egal. Erst mal den Typen hier. Also ich weiß, warum war ich meine Tastatur blockt. Das heißt Alt links Shift die ganze Zeit gedrückt. Alles gut. Ja, sollen wir hier Staring Contest oder was? Ich wusste, da ist noch einer. War zu schön. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nicht genug hier. Durch. Stopp. Das kann man testen. Ja. Deswegen funktioniert Mute auch wieder. Wie oft habe ich euch schon was ins Ohr gerülpst, weil ich gedacht habe, ich hätte mich gemutet. Aber ich hatte ein Schild oben und deswegen habe ich geblocken und es ging nicht. Ich hoffe nicht allzu häufig. Oder was vorgeschlürft, wenn ich was trinke. Zielen. Block. Natürlich ist es da noch einer. Es ist immer noch einer. Jetzt. Jetzt. Stopp. Oh Gott, das war nur die Leiche von ihm. Ich dachte schon gerade. Er schlürfen gab es schon mal. Wenn wir denken. Benutzen. Oh nein, es sind zwei. Bin so tot. Oh Gott. Ich dachte eben ganz kurz, ich hätte das Timing verkackt, weil er so schnell grauen hat. Das tötet mich nicht, weil ich hier runterfalle, ne? Immer so ein bisschen Linkspunkte habe ich ja noch. Oh Gott, wieso bist du so schnell gelaufen? Benutzen. Ich glaube ja, jetzt haben wir es geschafft. Nein, wir haben es immer noch nicht geschafft. Scheiße. Block. Oh mein Gott. Wo ist der Shortcut? Ich brauche ihn zu trinken. Ich brauche ihn zu trinken. Ich brauche ihn zu trinken. Stopp. Benutzen. Ich dachte, der wäre hier irgendwie. Nein, jetzt bin ich hier. Habe ich den irgendwie verpennt? Wo ist denn der Shortcut? Da kickt man ja so eine Leiter runter. Ich dachte, das müsste auf dem Weg hier schon längst gelegen haben. Weil da hinten komme ich ja zu André schon. Ist der Shortcut erst bei André? Also, ihr könnt mir gerne sagen, ob ich ihn verpasst habe oder ob er noch vor mir liegt. Aber ich überlege, belebe das jetzt eh nicht. Kann er mal uns hier zurückrennen. Oder Homeboy-Bowen am besten machen einfach. Rennen vielleicht nicht. Verpasst. Oh, shit. Echt verpasst. Okay, wenn ich jetzt zurückgehe. Wir haben ja im Prinzip jetzt keinen Gegner auf dem Rückweg. Das heißt, ich gehe jetzt zurück. Und ihr müsst Stopp sagen. Ist es da, wo ich vor Havel weggerannt bin irgendwo? Habe ich es da verpasst? Das Problem ist etwas anderes, etwas Großes. Kann ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht freischalten, möchtest du mir damit sagen? Also nicht im Sinn davon, dass ich es übersehen habe, sondern dass ich es einfach auch noch nicht freischalten kann. Wie war das denn mit dem? Liegt tatsächlich Hubble dazwischen? Was ist hier drauf? Hä, erst mal nach dem Drachen? Hä? Hä? Also bei Solaire... Warte mal, warte. Also hier gehe ich jetzt nicht hoch, da müsste oben der Ritter noch sein. Nö, dann raffe ich es nicht. Wo das war. Und da sind wir runtergekommen. Ah, hier. Nice. Okay. Gut, gut, gut. War jetzt ein langes Backtracking, aber es hat sich gelohnt. So viel Level. Gönnen wir uns gleich mal alles. Ist auch echt ein versteckter kleiner Winkel gewesen, ne? Achso, ja. Gut, keine Menschlichkeit. Ausrüstung. Jetzt mal Bunden. Menschlichkeit. Hatte ich dafür jetzt eigentlich einen Befehl eingerichtet? Ich meine, ich kann heilen sagen oder werfen, aber heilen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen anderen hatte. Gegenstand wechseln. Benutzen. Achso, okay, ich habe schon. Das ist schon alles klar. Gut, gut. Schön. Dann können wir ja jetzt hier hoch. Nice. Also mit der Leiter. Ich meine natürlich. Hier hoch. Benutzen. Benutzen. Lock. Ziehen. Hit. Hit. Ja, ich hatte nur, ich wollte die Menschlichkeit noch nicht, nicht zu viel benutzen. Aber im Prinzip hätte ich mich da mit ihm auch ein können, ja. Ziehen. Aber so war es doch spannender. Machst du deinen kleinen Tanz hier? Stark. Stark. Nein. Verpasst. Stark. Ich weiß nicht, wie ich trete. Stopp. Looten. Okay. Aber nicht, dass das besser ist, als das, was ich ja noch. Block. Ziehen. Hit. Scheiße. Nein. Beschissenes Timing gehabt. Jetzt bin ich ungeduldig. Hit. Hit. Heilen. Ziehen. Ach, wieso bist du jetzt so langsam? Hit. Hit. Na toll. Stopp. Wir warten jetzt mal ein bisschen, bis das Toxic weggeht. Und heilen zwischendurch, bevor wir weitermachen. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, ne? Das ist ein bisschen sehr langsam. Das dauert doch schon lange, bis das weggeht, ne? Ich heile mal so, wenn wir auf der Elfte sind. Ich glaube, das passt noch, oder? Heilen. Achso, ich habe, der Ring hat sich gerade aktiviert. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, so vor acht Jahren etwa. Heilen. Ich habe mich gerade menschlich gemacht, ne? Block. Ziehen. Hit. Hit. Ich habe nur überlegt, ob wir den Ritter da oben machen, aber jetzt so natürlich nicht. Ach, jetzt heizt noch. Hasse dich. Heilen. Gleiches Weg. Ziehen. So ein Zauber wäre jetzt nicht schleichend. Solche Gegner, die sich so anschleichen, so langsam. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Heilen. Heilen. Ach, scheiße. nervig was nein schließen aufhören auf meine hübs zu reagieren überhaupt nicht bescheuert heilen ich habe von den modernen souls keines hier durchgespielt eines der kingsfield titel schon aber ist schon sehr lange her die kenne ich halt gar nicht ich das erste was ersten kontakt den ich mit soulstyle karte war tatsächlich dark souls 1 stop gerade das mikro richten so heilen schaffen wir den typ mit 3 ist das block bestimmt müsste der hat er mehr lebenspunkt oder müsste der nicht noch besser sterben als der andere weil ja ich ein bisschen mehr schaden jetzt mal ist knuff an zielen stopp gott ein großwert ne scheiße Nein! Schild. Äh, Glock. Na Gott. Warte noch an, wie sie es gehabt. Wie viele Lebenspunkte hast du? Wie viel Schaden machst du? Wie kommst du runter? Ich habe viele Fragen.